Was ist der Unterschied zwischen einer Reihen- und einer Parallelschaltung von elektrischen Widerständen? Hier betrachten wir eine Reihen- und eine Parallelschaltung mit jeweils drei Widerständen, R1, R2 und R3. An den Widerständen ist eine Spannung U angelegt. Unterschied Nummer 1. An den Schaltungen kannst du den ersten Unterschied erkennen, und zwar wie die drei Widerstände miteinander verbunden sind. Bei einer Reihen-Schaltung wird der Pluspol der Spannungsquelle an einen einzigen Widerstand angeschlossen und der Minuspol ebenfalls an einen einzigen Widerstand. Die Widerstände bei einer Reihen-Schaltung bilden eine Art Kette. Bei einer Parallelschaltung dagegen verbindest du den Pluspol der Spannungsquelle mit drei Enden der drei Widerstände, und das machst du auch mit dem Minuspol. Unterschied Nummer 2. Bei einer Reihen-Schaltung fließt durch alle drei Widerstände der gleiche Strom. Der Gesamtstrom I ist also gleich dem Strom I1 durch den ersten Widerstand, aber auch gleich dem Strom I2 und I3 durch die anderen beiden Widerstände. Bei einer Parallelschaltung dagegen fließen unterschiedliche Ströme I1, I2 und I3 durch die Widerstände. Der Gesamtstrom I ist die Summe der Einzelströme. I ist gleich I1 plus I2 plus I3. Unterschied Nummer 3. Bei einer Reihen-Schaltung liegt an jedem Widerstand eine unterschiedliche Spannung an. Am ersten Widerstand liegt die Spannung U1 an, am zweiten U2 und am dritten U3. Die Gesamtspannung U ist die Summe der Einzelspannungen. U ist gleich U1 plus U2 plus U3. Bei einer Parallelschaltung dagegen liegt an allen drei Widerständen die gleiche Spannung an. Die Gesamtspannung U ist also gleich der Spannung U1 zwischen den Enden des ersten Widerstands, aber auch gleich der Spannung U2 und U3. Unterschied Nummer 4. Der Gesamtwiderstand R einer Reihen-Schaltung ist die Summe der einzelnen Widerstände. R ist gleich R1 plus R2 plus R3. Bei einer Parallelschaltung dagegen ist der Gesamtwiderstand R nicht die Summe der Einzelwiderstände. Der reziproke Gesamtwiderstand 1 durch R ist die Summe der reziproken Widerstände 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Unterschied Nummer 5. Bei den Leitwerten der Widerstände ist es genau andersherum. Der Gesamtleitwert G einer Parallelschaltung ist die Summe der einzelnen Leitwerte G1, G2 und G3. Und bei einer Reihenschaltung ist der reziproke Leitwert 1 durch G gleich 1 durch G1 plus 1 durch G2 plus 1 durch G3. Der Gesamtwiderstand 1 durch G1 plus 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 1 durch G1. Vielen Dank.